Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuh-Wi-Du-Kanals. Ich habe diesmal ein sehr spannendes Thema für euch ausgesucht, aufgrund einer Kundenanfrage in den letzten Monaten. Und zwar, wenn Lammfeldschuhe nicht mehr wärmen, was ist Schuld? Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuh-Wi-Du-Kanals. Wie ich schon eingangs erwähnte, wenden wir uns ja hin und wieder, wende ich mich hin und wieder mal Kunden-Mails zu oder Anfragen, die mich so im Laufe der Zeit erreichen. Und die ich doch sehr spannend finde, weil ich denke mal, das könnte viele Kunden interessieren, Eltern interessieren, woran es wo vielleicht gelegen haben könnte. Hintergrund dieser einen Kundenansprache oder Anfrage war gewesen von einer Kundin, dass sie für ihre Tochter einen Frodo-Barfußschuh in Lammfeld-Ausführung gekauft hat. Ist wie gesagt die etwas wertigere Ausführung als hier mit dem Schuh-Wollfutter. Aber ich habe es vergleichsweise mal mit hierhergestellt, damit ihr euch mal von der Optik, von der Haptik ein bisschen ein Beispiel oder einen Vergleich machen könnt. Und das wäre eben halt sozusagen der Schuh in Lammfell, wo ich ja immer sage, das ist das Beste, was es wohl gibt, weil es ist ein natürliches, gewachsenes Material. Es ist ein richtiges Fell. Ich habe also zweierlei Lederschichten, einmal das Oberleder und einmal sozusagen diese Haarpracht verbunden mit der Hautträgerschicht. Habe ich also zwei Ledermaterialien, wunderbar warm, wunderbar kuschelig, hat eine super Wärme, weil es sozusagen die natürliche Körperwärme beibehält, ohne dass es zum Schwitzen anregt. Zum anderen ist natürlich auch der große Vorteil, Lammfell ist selbstreinigend. Der Flor richtet sich immer wieder auf, erhält wunderbar die Körperwärme und kann bis zu 30 Prozent des Eigengewichtes an Nässe aufnehmen, ohne dass es sich nass anfühlt. Und das ist natürlich der entschiedene Vorteil gegenüber allen anderen Futtermaterialien. Selbst da schlägt es also auch die Schuhwolle. Die Kundin, wie gesagt, hatte für ihre Tochter einen solchen Schuh erworben, allerdings auf dieser Sohle basieren, weil sie eine große Barfußfreundin ist. Und fragte mich jetzt an, ihre Tochter hätte kalte Füße gehabt im Winter, woran es denn liegen könnte. Meine erste Annahme war, der Fuß ist zu schmal für diesen Schuh. Was natürlich erst mal von der Kundin nicht bestätigt wurde, weil sie immer der Meinung war, und da kommt es wieder hinzu, wir, die also jeden Tag mit Füßen zu tun haben, haben mitunter eine andere optische Einschätzung als die Eltern, die jetzt bloß ein oder zwei Kinder haben und demzufolge bloß ein oder zwei Paar Füße vor sich. Wir haben das den ganzen Tag und können demzufolge auch, haben einen ganz anderen Blick auf den Fuß. Nachdem, wie gesagt, der E-Mail-Verkehr ein bisschen hin und her gegangen ist und die Kundin dann auch noch gesagt hatte, jawohl, sie hat jetzt die Möglichkeit, die Füße ihres Kindes scannen zu lassen, von einem Orthopädiefachgeschäft hat sie mir auch noch das Scannergebnis geschickt. Das Ergebnis war gewesen, dass das Mädel also eher zum schlankeren Fuß tendierte und damit sozusagen meine erste Antwort natürlich schon die richtige war. Hintergrund ist nämlich dessen, es sollte auch im Winter nicht egal sein, was mein Kind am Fuß trägt, weil wichtig ist, passen muss es. Und da ist wahrscheinlich dann immer noch so ein bisschen bei vielen, ich sage dieses Unverständnis oder man denkt, viel hilft viel, es ist egal, was mein Kind trägt, es wird schon warme Füße haben. Dass das aber nicht immer zutrifft, zeigt es ja in diesem Fall und wir hören es auch teilweise von Eltern, die das auch die Erfahrung machen mussten hier im Geschäft, dass man, wenn man also zwar einen tollen, super tollen Schuh kauft, der aber gar nicht für den Fuß des Kindes geeignet ist, kann sich das Ganze sozusagen umkehren. Warum bekommt ein Kind in einem Lammfellschuh kalte Füße? Ganz einfach. Wenn wir jetzt diesen schlanken Fuß mal vor Augen haben, der wenig Binde- und Fettgewebe hat, hat er auch natürlich eine weniger große Wärmeentwicklung oder Eigenwärme als ein Fuß, der relativ stabil ist und der natürlich sehr viel oder um einiges mehr an Binde- und Fettgewebe aufweist. Muskeln gehören natürlich auch mit dazu und wie wir alle wissen, ist der Fuß an sich ein gut muskuläres Gebilde. Muskulöses Gebilde, so müssen wir es sagen. Genau. Das bedeutet, es ist genau derselbe Effekt, wenn Eltern, um zu sparen, Schuhe zu groß kaufen. Also wir verkaufen das ja immer mit den neuen 12 im Höchstfall 15 Millimeter Freiraum. Höchstfall wirklich, weil 15 Millimeter finde ich schon ziemlich viel. Ganz einfach, nach Altersstruktur macht es durchaus Sinn und man muss auch das Kind mit beachten. Habe ich also jetzt eine stabile deutsche Eiche vor mir, die relativ viele Wachstumsschübe hat, dann machen die 17 Millimeter durchaus Sinn, aber auch nicht bei einem Laufanfänger, sondern ich sage mal so ab dem Kinn, was schon so versiert läuft, drei bis sechs, acht Jahre, überhaupt kein Thema. Habe ich jetzt aber eine zarte Espe vor mir, die sowieso weniger wächst, demzufolge auch viel, viel schlanker gebaut ist, dann nehme ich natürlich keine 15, 17 Millimeter, dann bin ich bei höchstens 12 bis 15, im Höchstfall, wie gesagt. Also die Länge ist mit entscheidend, die im Schuh zur Verfügung steht und gerade wenn ich euch das jetzt mal hier zeigen darf, von einem normal schlanken Schuh auf den breiten Schuh, also Frodo ist wirklich breit im Auftritt, dann zeigt es natürlich auch, dass der sozusagen von der 10 Box her viel ausladender ist als ein mittlerer. Fuß, Fuß, Schuh. So, das heißt, wenn ich hier an den Seiten Freiräume habe, das was also mehr als über den Millimeterbereich hinausläuft, kann ein schlanker Fuß dieses Raumvolumen nicht erwärmen. Nun müssen wir das sowieso noch mit erklären, der 10 Bereich ist sowieso der schnell abkühlendste Bereich im Körper, weil er ist am meisten vom, oder am weitesten vom Herzen entfernt. So, dann haben wir wenig Bett, Fett und Bindegewebe ringsherum, also die 10 sind ja doch recht mager, wenn ich das mal so sagen darf. So, und damit haben wir auch da vorne eine äußerst geringe Wärmeentblickung. Das heißt, der 10 Bereich lebt im Grunde genommen von der ganzen Wärmeentblickung des gesamten Fußes. Habe ich hier vorne zu viel Luft, ja, kriege ich die Luft nicht warm. Das ist, Sie müssen sich das vorstellen, wie ein großer Raum und ich habe dort bloß einen Heizlüfter drinnen stehen. Ja, dann wärme ich diesen Raum auch nicht aus und genau derselbe Effekt passiert hier. Ich habe der Kundin geraten, Hände weg von den breiteren Lammfellmodellen oder überhaupt von den breiteren Modellen von Frodo. Wenn sie im Barfußbereich warme Füße haben möchte, gibt es andere Anbieter, die das genauso anbieten. Vielleicht nicht unbedingt mit Lammfell, weil Lammfell ja doch ein sehr wertiges Produkt ist und nicht von jedem Lieferanten verarbeitet wird. Aber generell muss ich sagen, sollte man wirklich auf die Fußform mit drauf achten, dann passiert mir nicht so ein Malheur, dass mein Kind mit kalten Füßen durch eine kalte Jahreszeit laufen muss. Das gebe ich euch mal mit auf den Weg. Ich würde mich wieder freuen, wenn es Reaktionen darauf gibt oder die eine oder andere Antwort darauf. Viele kennen es ja schon und wir haben es ja auch schon in unseren Reaktionen auf andere Videos erlebt und gelesen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön neugierig. Ich freue mich auf Bis Dahin.